Ah, hey Leute, endlich steht mal wieder ein Stream an und gestreamt wird Fire Emblem Blazing Blade, ein PMI. Pick my edits, das bedeutet, Charaktere wurden ersetzt, es wurde einiges verändert. Meistens wird es wohl sehr lustig sein, was sich so verändert hat, also stellt euch auf einen recht amüsanten Stream ein. Gestreamt wird heute um 18 Uhr, ich habe es schon angekündigt im Adventskalender, da war ich noch auf 16 Uhr, allerdings finde ich das so etwas besser, das heißt, etwas besser managen und allgemein ist es, denke ich, auch eine etwas angenehmere Zeit für alle. Es könnte jetzt etwas häufiger vorkommen, dass wir den PMI streamen, gegebenenfalls in Zukunft auch häufiger mal wieder Warriors, denn das wird bald natürlich auch wieder interessant mit dem DLC-Pack natürlich. Es wird sehr, sehr spannend und ihr habt ja schon gemerkt, dass auch das LP momentan so gestoppt ist, das würde ich dann ein bisschen als Live-LP weitermachen. So kommt zumindest hier mal wieder frischer Wind mit rein. Jetzt erstmal PMI 18 Uhr, denkt daran Leute, wird glaube ich sehr, sehr lustig auf Twitch, den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung und ihr seht den jetzt auch hier im Video. Insofern freue ich mich natürlich für alle, die dabei sind und ansonsten dürfen natürlich auch alle das gerne nachholen, die es nicht schaffen können zeitlich. Viel Spaß Leute!